Anfangs warst du schüchtern und hattest Angst, was es verbrauchen wird und ob du es kannst. Und du warst einfach gar nicht entspannt. Es ist alles in einem Kopf, schau unter dich, schau, hier sind wir doch. Du bist nicht allein, so sieht alles besser aus. Lass alles raus, du sollst doch lachen, alle Fehler kann man wiedergutmachen. Sei ein Tollpatsch, denn wir sind es auch. Wenn du fällst, stehst du auf und tanzt, du hast nichts zu verlieren, weil du es kannst. Und wir helfen dir, immer wenn du uns brauchst. Du erreichst dein Ziel, wenn du es wirklich bist, so unerwartbar es auch erscheint. Freunde sind da, wir sind alle für dich da und das wird immer so sein. Du erreichst dein Ziel, wenn du es wirklich bist, so unerwartbar es auch erscheint. Freunde sind da, wir sind alle für dich da und das wird immer, das wird immer so sein. Ich hab einen Tipp für dich, Schultern zurück und Fuß nach vorn. Kinn hoch und zeig, was du kannst, zeig ihnen, was du drauf hast. Oh, du bist toll, Schätzchen. Ermutigendes Blicken als kleiner Tipp, sei immer auf der Hut, aber zögere nicht. Du hast, was man braucht, also zeig deinen Glanz. Du kommst von weit her, zeig ihnen, was du kannst, denn jetzt bist du hier und es verfliegt die Angst. In Wirklichkeit gibt es vieles, das mir Angst bereitet, aber das bin wohl ich. Ich habe wirklich immer Angst. Wir glauben, du erreichst dein Ziel, wenn du es wirklich bist, so unerwartbar es auch erscheint. Freunde sind da, wir sind alle für dich da und das wird immer so sein. Du erreichst dein Ziel, wenn du es wirklich bist, so unerwartbar es auch erscheint. Freunde sind da, wir sind alle für dich da und das wird immer, das wird immer so sein.